All right, ihr Lieben, weiter geht's mit Ace Combat 7. Ich habe mir übrigens heute mal so ein paar Videos angeschaut zu Ace Combat Zero. Ace Combat 6. Und Ace Combat 6. The area is watched over by spy satellites. If discovered, expect AA missiles. Unless you have a death wish, you must use the clouds for cover around the sides and base of the mountains. Use the clouds to hide from their satellites and you just might have a chance to shake off their missiles. Okay. If you do find a missile on your tail, head to the clouds and pray. Let the missile kill you or crash into the rocks. That much freedom I will give. Okay. Assault Horizon sah dann schon echt weird aus, vor allem wegen der Kameraperspektive. Ich weiß nicht, ob das... Es war sehr nah am Flugzeug dran hinten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von dem Gameplay-Video aus war, dass die Person einfach weirde Settings genutzt hat. Aber Ace Combat 6 und Ace Combat Zero sahen im Prinzip 1 zu 1 aus wie Ace Combat 7 von der gesamten Machart. Das fand ich so krass. Raider Tower. Raider Tower. Okay. Gehen wir rein. Flugzeugschema. Ah, was haben wir denn alles? 157.000. Die Musik hier erinnert mich, by the way, an... Oh Gott. Ich... Ich würde... Ah, es ist leider ein sehr, sehr unbekanntes Game, glaube ich. Aber... Die Musik hier erinnert mich 100% an Bayonetta. Metal Gear Solid 1. Okay, das kann auch sein. Nie gespielt. Wie gefällt mir Ace Combat? Ich finde es tatsächlich sehr, sehr lustig. Ich finde es cool. Kracht's in der ersten Kurve, Chat? Okay, für einen Moment dachte ich, du meinst Ace Combat. In Ace Combat nicht. Für ein AAA-Game ist die Sprachausgabe sehr mager gehalten. Ich glaube auch, dass Ace Combat nicht ganz AAA ist. Also ich würde ganz, ganz klar davon ausgehen, dass Ace Combat eher ein etwas nischiges Spiel ist. Ich meine, das hatten wir auch so ein bisschen mal unter den Mods bequatscht. Schade. Wie Ace Combat grundsätzlich ankommt und sonst was. Also ich könnte mir vorstellen, in der Zukunft könnte es mehr Ace Combat geben. Weil grundsätzlich ist Ace Combat ein Spiel, eine Spielereihe. Luft, Boden, Luft, Luft. Raketenwerfer? Okay. Also das Ding ist, ich würde schon gerne viel testen. Aber ich bin eigentlich jetzt nicht so experimentierfreudig, weil ich grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger sein will. Ähm. Und nicht so aufs Maul bekommen will. Ist ja schon ein-, zweimal passiert. Vielleicht. Erhöht Sprengkraft von Spezialbomben. Gehen wir mal hier in die effektive Explosionsladung. Ähm. Ich glaube, dass, ich glaube das Problem bei Ace Combat ist oft, in Klammern gewesen, dass das eher so ein Videothekenspiel war. Ace Combat ist halt nicht so ein Spiel wie FIFA, wo super viele Leute sagen. Oder wie F1, wo viele Leute sagen, hey. Ähm. Ich glaube, das ist eher so ein Videothekenspiel. Du leistest es dir aus, du spielst es mal durch und fertig. Und ich glaube. Und ich glaube. Das Radar ist unter der Tiefe. Destroy. Und dann scurry für die Überlegung, wenn du dir das Wert wert würdest. Ich dachte, du sagst das. Das Radar sagt. Destroy Radar Sites. Das Radar ist noch unter der Satellite Observation. Watch out for Missiles. Feels like ich bin dabei bei einem Spanfall von Bandogs. Das Radar ist ein Kombination von Satellite und Radar Facilität. Ich glaube, das könnte der Spielerei durchaus ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Warum ich glaube, dass es jetzt durchaus in der nächsten Zeit mehr Ace Combat geben könnte? Ich habe das Gefühl, dass die neue Videothek sowas wie der Game Pass ist und dass durchaus Spieleunternehmen einfach Bock drauf haben auch, viele Games und Spielegenre auch anzubieten. Und ich glaube, dass das so ein bisschen gut tun würde, weil letztendlich kannst du dann halt auch als Microsoft kannst du dann halt auch einfach sagen, hey, wir haben noch ein weiteres Spielgenre, was wir abdecken. Und dadurch auch vielleicht ein paar Neukunden gewinnen oder sowas. Denen kann ich mir durchaus vorstellen, dass so ein Ace Combat halt auch einfach... Häufiger... In Zukunft... Autsch... Ich trauen konnte. Ich bin nicht sicher, dass du verstehst, was du gesagt hast, Spare 6. Ich werde dich nicht in, wenn wir nach Hause sind, Bandog. In dieser 1, Intel ist in der Lage für die Todesfälle. Ich glaube, du bist richtig. Spare 15, Lockdown. Spare 15, Evade. Ich spühle mich mit dem Lauf. Dann gehen wir aus. Ich habe eine Begriffe, was ich tun? so viel dazu mal so ein paar gedanken von dave zu so einem topic vielleicht findet ihr das ja interessant ich habe sie nicht getroffen die 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 Do it the exercise. Wait a minute. Hold it. What's going on, Bandog? This is the Air Force Base 444 Squadron. What is your affiliation? Nobody told me there was this many nearby. Incoming Allied fighters, respond. Can I Ace Combat 7 empfehlen, when me Ace Combat 1 geliebt hat? Wahrscheinlich. Es ist ein gutes Spiel. Ich mag. Warum werde ich angegriffen? Warum? Warum? These guys aren't allies. Are they spoofing our IFF? What now? One hour! Modern IFF connects to our strategic system via satellites. It can't be decoded. What the hell? This is called combat. I don't know who's on who team. How do they know? Who's on my tail? Is it an enemy? We fled into the clouds. I'm in. What's going on? Get out of the way! At this rate, no one's going to get out alive. All aircraft head into the clouds. Get out of the enemy's sight. Ah, and then what? The IFFs are top secret. There's no way they can make a fake. Hey, the enemy's working in coordination. What about markings and craft type? There's no time. What do we do? All aircraft gather around me. I mean trigger. What? Mandog. Can you register trigger in the blips around him as friendlies? What are you thinking? What good is that? What other choice do we have? Sure. All aircraft form up on trigger. Nice and tight. Bandog, it's on you. Full band, what's your location? The tail end. Understood. I've sent new ID data. Enemies will be marked as enemies. Yeah, my radar displacement up here. Shoot them all down. On him! No way I'm dying out here. This is the penal unit. I decide when you die. Shit! Nicole. Missile incoming! Nicole. Break, break! On your six. Nicole. 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 Projectile incoming. New groups on radar. Tell us what's happening. Come on! Dammit, not right now. That doesn't sound good. Air contact incoming at high speed. It's too fast to be an aircraft. It's not an aircraft, but what is it? What do we do? What's going on? Five. Four. Three. Two. One. Here it comes! Son of a bitch! That shot-wee! We're here, let's get it back up! Incoming transmission from HQ. The weapon is codenamed Helios. It's a long-range missile carried by Arsenal Birds. Arsenal Birds? We're here to aim for it. Sending over the predicted impact zone. It's coming in hot. Damn, you're working quick today, Bandog. Get too chatty and you'll die. Ah. Five. Four. Three. Two. One. Two. Three. Two. Two. Three. Two. One. 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 Ich kann! Hurt mich! Help! 5, 4, 3, 2, 1 We're not enough system! We're not shot, we're just far from the impact zone. Half of the targets remaining. Here! Keep killing them! Enemy is locked on! Another projectile incoming! It's a Helios again! I can't find a way out! There's nowhere to run! 5, 4, 3, 2, 1 Missile Where's the order of the retreat? We're 10 feet out here! Missile Now that we know who the enemy is, We might just get through this Why are you lost here? Missile Okay Count, chase him down Missile Missile Helios spotted Morning, missile in the air! Why does it have to be me? Oh! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 No! A matter of time! We're all here! We're all here! I'm not checking out yet Damn! Helios handbound! We're here on those guys! I can see commissolution! No problem! Oh! I'm... No! I was just on the border! No! I have assembled! Thank you for the 6th! Thank you, my dear! Thank you, my dear! Thank you, my dear! Full band, what's your location? The tail end! Understood! I've sent new ID data Enemies will be marked as enemies Now, I'm regarding what you've been updated Shoot them all down On them! No way I'm dying out here This is the penal unit I decide when you die Shit! Trigger! They have a lock on you! Trigger! Missile incoming! Missile! Trigger! Missile incoming! Projectile incoming! Don't miss the radar! Tell us what's happening! Come on! Goddammit! Not right now! That doesn't sound good! Air contact incoming at high speed! It's too fast to be an aircraft! It's not an aircraft! We're on the one hand! What do we do? What's going on? Five... Four... Three... Two... One... Here it comes! That shockwave! We're here, but it's gonna break up! Huh? Incoming transmission from HQ Their weapon is codenamed to Helios It's a long-range missile carried by Arsenal Birds Arsenal Birds Arsenal Birds We're here, but we're here We're here Sending over the predicted impact zone Your weaponry It's coming and hot! Damn! You're working quick today, Vandog Get too chatty and you'll die! Uh oh! Five... Four... Three... Two... One... One... Two... One... Light down One... Two... Nine... Yeah, it's 영 Projektile auf Radar. Hey! Ich kann nicht! Help me! Help! 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind nicht mehr, was wir tun. Was wir tun? Was wir tun? Half of the targets remaining. Excuse me. Check your 6. Another Rejectile in here. It's a Helios again. There's nowhere to run. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, gerade eben flogen wir noch in die... AAAAAA! Missiles! 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 Locked on target. Missiles! 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 Target eliminated! Missiles! 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 Helios inbound! Warning! Missiles in the air! Why does it have to be me?! Missiles! Töner! Missiles inbound! Seeing! Missiles inbound! Use the flying off man that he justOSSes ... ... ... Soll was wir tun habe? Concentrate! Shoot down remaining hostiles. Helio spotted. Hotel's on fire! I concede a missile issue, no problem! All aircraft, scatter! Direct hit and we're done. Cast! Landon on your six! Projectile on radar. Missile! Missile! That's up, idiot! Enemy on your six! Impact, now! Where's the attack coming from? They're hitting us while out of our attack range. That was close. I owe you one spare 12. There! Let's kill him! Fox 2! Fox 2! Nice! Count! One to go! Go get him! One to go! Where is he? Count! Right up! This is it! Good night, Logodos! Alright! I got the last one! Oh yeah! Oh yeah! I got your dirty face! Damn it! God damn it! Why is this the f***? What? Fullband? What the hell? Okay. Fullband down! Friendly fire? Didn't we get all the bandits? Fullband got tagged as an enemy. What? You did that on purpose, Bandog! Did what? Don't play dumb! Fullband! It was an accident. It got out of control. Return to base. Son of a bitch! Son of a bitch! Okay. Lift! The enemy is watching from above. Stay in or below the clouds to keep hidden. That means no missiles. The enemy is going to attack! Let's go. Let's go. The enemy is watching. Let's go. 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 Die Mission war ein Erfolg. Es gibt nichts anderes, was ich sagen muss. Dismissed. Okay. Es sieht aus, Count. Sehen Sie Ihre Numerze aufhören jeden Tag. Sie wissen, was passiert, indem Sie falsche Informationen geben. Insofern, Sie anderen Piloten sollten Sie lernen von ihm. Okay. Und wenn ich das mache, Ihre Numerze wird meine Star blöchner. China Bridal, like a diamond. Okay, wir haben 160.000 Punkte.